Das ist das Skylight hinterm Kartenhaus, über dem Salon, über dem Qualitätssalon und das haben wir jetzt so weit aufgearbeitet. Das Schlimmste ist natürlich den alten Lackdach herunter zu bekommen, das graue Holz wieder auf Holzfarbe zu schleifen und dann Stellen ausbessern, die schlecht sind, gerissen sind und das muss dann auch mehrfach geölt werden, so 10 bis 15 mal, so lange bis das nicht mehr saugt und den Giebel hier vorne haben wir neu angefertigt, weil der alte nicht mehr so gut war. Der war ziemlich eingewässert an den Zapfen und weggerottet und den mussten wir leider leider neu bauen. So jetzt stehen wir vor dem Steuerrad von der Peking. Das ist im Prinzip schon so weit fertiggestellt. Warten wir jetzt noch auf vier neue Speichen. Das ist zum Beispiel eine, die wir aufgearbeitet haben. Dies verschwindet nachher in der Narbe. Das sitzt hier nachher in dem Rahmen drin. Und das ist eine von denen, die nicht mehr gerettet werden konnten. Die ist damit durch. Sachen Wünsche Unternehmen